Einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich heute, dass ich die Katja getroffen habe. Die Katja war auch in Hamburg bei der Mastermind und wir haben uns da schon eigentlich immer ausgetauscht hinterher. Und liebe Katja, konntest du was mitnehmen bei der Mastermind bei Türk Reuter von meinem Vortrag und was konntest du mitnehmen? Absolut, also der Albert ist die absolute Granate und Rakete in dem Thema, was er umgesetzt hat. Ich bin absolut begeistert von den Standards, die er eingeführt hat in seiner Firma, wie er das Friseurgeschäft skaliert hat mit einer ganz gezielten Systematik. Und was mich am meisten beeindruckt hat, dass du es einfach gemacht hast. Also ich trainiere ja Leute und Unternehmen dahin und muss dann immer erklären und warum. Nein, das geht bei uns in der Branche nicht. Und dann kommst du als Friseur, hast das alles etabliert vom ersten Tag des Mitarbeiters, Azubi, Unternehmenskultur, Führungskultur, mega. Vielen, vielen Dank, das ist ein super Feedback. Und ich sage uns noch kurz, was treibst du genau, was hast du für eine Kernkompetenz, was ist deine Company und wer kann dich buchen? Mich buchen können Unternehmer und Geschäftsleute, die genau solche Dinge wie der Albert implementiert hat vorhaben, auf größerer Ebene, auch mit mehr Mitarbeitern. Ich komme aus der Konzernwelt und strukturiere Unternehmen zu mehr Performance und Profit. Das, was der Albert gemacht hat, aber in einer größeren Form. Okay, und wie heißt die Firma genau? Holzei-Consulting.de Jawohl, vielen Dank, liebe Katja. Vielen Dank und liebe Grüße in die Welt da draußen. Servus. Tschüss. 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 Tschüss.